Ausprobiert, wir haben es geschafft und sind am Meer, am Strand bei San Clemente, Kalifornien. Untertitelung des ZDF, 2020 Was bedeutet das? Ne, oder? Da hinten ist wohl die Pier. Die sind auch nicht drangebaut. Aber da drüben, da ist es, ja. Ja, da war da was. Als sie ja in den Weckplatz hatten, da ist es gegrossene Wetter und das ist hier unergerutscht. Ja, ja. Die haben gleich so gebaut. Ja. Hier ist mal so eine Bimmelbahn. Das sagt nichts. Können wir rüber. Drei. Drei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 San Clemente Beach Hier sind wir nun am Pier von San Clemente No dogs, okay No dog, okay Jetzt die ihre Fische sauber machen. Die Fische sind in der Nähe der Fische. Jetzt sind wir nun wirklich an der Küste. Ich glaube, die Wellen kommen bis hier. Okay. Ich muss halt mal irgendwie die Finger nass kriegen. Okay. 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 Okay.